Nach sechs Teilen Hungry Sharks legt Ubisoft die überaus beliebte Reihe neu auf. Diesmal allerdings spielen Drachen die Hauptrolle. Schließlich sind die Flugbiester schwer in Mode und lassen sich außerdem hübsch animieren. Heraus kam ein witziges Arcade-Spiel für zwischendurch mit putzig animierten Drachen und einer bunten Spielwelt. Das Prinzip ist schnell erklärt. Der Spieler steuert einen Drachen und muss alles fressen, was ihm in die Quere kommt. Ob Schafe oder Vögel, alles wird verputzt. Nicht nur um zu überleben, sondern auch um immer mächtigere Drachen freizuschalten und im Level aufzusteigen. Zwischendurch geben Power-Ups zusätzliche Möglichkeiten wie etwa Feuerspeien. Insgesamt lassen sich zehn toll animierte Drachen spielen. Die ersten kann man als Vorschau noch sehen, die letzten sind Geheimdrachen und grau hinterlegt. Am Ladebalken unter den jeweiligen Drachen kann man erkennen, wie viel noch gefressen werden muss, um das nächste Flugungeheuer freischalten zu können. Natürlich lassen sich die Biester noch mit allerhand Zubehör wie Kostümen oder Haustieren ausstatten. Hungry Dragon ist ein nett gemachtes und farbenfrohes Arcade-Game im Medieval-Comic-Stil. Es ist einfach und hält den Spieler trotzdem bei Laune. Ubisoft hat die Erwartungen so mancher wohl übertroffen. Vielleicht auch, weil es bei Hungry Dragon auffällig wenig Werbung und In-App-Käufe gibt. Die App gibt es kostenlos für Android und iOS.